Letztes Wochenende fanden in Linz die Wurfbewerbe und Ried die restlichen Bewerbe, die Landesmeisterschaften der allgemeinen Klasse statt und die Sportunion Igler Longlife Athleten waren vorne dabei. Mit Patricia Madl und Ludwig Schweiger, beide aus Diersbach, gingen beide Speerwurftitel an die Igler Longlife. Julian Messi, St. Thomas, siegte mit einer neuen Bestleistung von 4 Minuten 3 Sekunden und 10 Zehntelsekunden nach einem spannenden Zielfinish über 1500 Meter. Für die Überraschung des Wochenendes sorgte Niklas Luger aus Altschwend, der den Hochsprung gewann und damit für Titel Nummer 4 sorgte. Ziel beholte sich Ida Danner aus Weibarn über 400 Meter Hürden, Leopolden Gullien aus Münzenkirchen im Weitsprung sowie Valentina Freudleitner, Riedau, Marie Angerer, Scherding, Jana Reisinger, Eschenau und Alina Glaser, Riedau, in der 4 x 100 Meter Staffel. Über Bronze freuten sich Elena Schmidhuber, Arndorf über 400 Meter Hürden, sowie Agnes und Ida Danner, beide aus Weibarn, über 800 Meter bzw. 1500 Meter.